Na ihr Sternenkinder, willkommen zurück! Wir gehen heute in ein... Oh, Eislevel. Da ist die Eisfeld, man. Oh shit. Okay, ich krieg's nicht mal in einem von diesen Koopas zu killen. Aber, Power-Ops gibt's. Reichlich. Also zumindest eins. Und es ist ein Cape, also ist es schon reichlich. Okay, also diese ganzen Boxen hier helfen mir ganz gut weiter. Die Musik. Ah, vorher kenn ich... Achso, aus Paper Mario, natürlich. Die Musik ist aus Paper Mario. Da, wenn man da diesen Eisberg erklimmt, was ist das? Oder war es schon in diesem Schloss? Gab's so ein Eisschloss? Das war ein... Mann, das Spiel war allgemein total cool. Das war... Oh man, Paper Mario. Ich hab's... Ich hab schon mal Let's Played vor Ewigkeiten. Als ich auch ein kleiner Freshling war. War eine tolle Zeit, man. So, aber während ich über die tolle Zeit renne, will ich auch die Musik weiterhören. So, dankeschön. Wenn ich hier schon so sentimentalen Kram von mir gebe. Bam. Ähm, wie komm ich denn da dran? Gibt's da irgendeine offizielle Methode? Wahrscheinlich muss ich den Trampolin holen oder so. Okay. Also ich könnte auch hochfliegen, so ist ja nicht. Aber machen wir mal die vorgesehene Methode. Komm her. Warte, ich benutze ihn zum hochspringen hierher. Und du stellst mir nicht hinweg. Secret Exit hat das, glaube ich, nicht gehabt. Das heißt, ich glaube, es wird nur zurückgehen. Äh, ja. Genau, dich brauche ich hier. Läuft... Ah, es gibt... Es läuft langsam. Das Spiel hat das Problem mit Slowdowns. Das ist doch schon vorher so gewesen. Toll! Man will's aufheben und dann passiert sowas. Gip. Seht ihr da? Aha! Ich hab's getötet. Loser. Ich hätte einfach hochfliegen können, aber... So ist auch gut. Und damit... Ah, guck, das Spiel will sogar, dass ich das hier mache. Warte mal, wenn ich das jetzt mitnehme, krieg ich dann noch eine Feuerblume. Nein, das will ich nicht. Ja, ein weiteres Cape, das gefällt mir schon eher. Slippery Speed. Was? Levels sind mit einem Ausrufezeichen markiert. Achso, das sind Orte, wo du dich beeilen musst. Das heißt, wenn ich in diese Röhre reingehe, muss ich mich überdrehen. Weil ich nur 80 Sekunden Zeit habe. Shit. Wow, haut bloß ab, Alter, ich hab's eilig. Ihr könnt ihr in der Cave rumhängen, wie ihr wollt, aber ich muss aus irgendeinem Grund in 80 Sekunden wieder weg sein. Oh shit, haut bloß ab. Da kann das Level auch nicht so lang sein, eigentlich. Denk ich mal. Musik tut mir ein bisschen in den Ohren weh. Muss ich sagen. Haben wir's? Wir haben's noch nicht. Es geht echt noch weiter. Ich dachte, hier wär schon Ende. Na gut. Hätte ich auch nicht mal die halbe Zeit gebraucht. Oh, der steht, ah, der steht blöd im Weg. Das ist mir immer sofort. Komm her, schnell. Boah, okay, Slowdown. Dann geht doch die Zeit ein bisschen langsamer vorbei. Okay. Äh, ich hab etwas sehr Wichtiges hier versteckt. Außer im nächsten Raum. Aber er wird das niemals finden, während er sich vor allem beeilen ist. Ja, das sagt man, das schreibt man auch wieder voll da in so eine Textbox, sagen wir mal in Bowsers. Also, das ist jetzt so eine Pause-Session, aber jetzt geht's hier wieder anscheinend weiter mit 100 Sekunden. Oh shit. Oh, das hab ich ja wieder toll gemacht. Oh, ich hab das On-Ding nicht getroffen. Das könnte, nein, das ist nicht mein Untergang. Boah, das ist aber hart. Das Level. Muss man auf jeden Fall sagen. Seht ihr, ich hab's voll eilig und dann sowas. Das Zeug geht hier gar nicht rauf. So, und dann muss ich hier noch auch schon noch irgendwas Wichtiges halten. Während die Musik mir grad die Ohren wegfährt, ernsthaft, das tut voll weh. Wie, 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 diese hohe Geräusche. In den Ohren eines alten Mannes klingt das sehr zerstörerisch. Ich muss oben lang, ne? Ja, ich muss oben lang, Mann. Wie mach ich das? Ich hab ja noch ein bisschen Zeit. Ah, hier, hier kommt man durch. Oh, was war das denn? Wieso kommt man da durch? Einfach. Vor allem, wieso hab ich das rausgefunden? Okay. Marius, es ist so dunkel hier. Warte, was ist das? Wenn du das hören kannst, dann hilf mir. Ich wurde kidnapped von irgendeinem ekelhaften feuerspuckenen äh, Schildgrüttempfisch. Wahrscheinlich will er mich, weil ich so stark bin. Oh, wer ist das? Okay, ich bin der Ninth, nicht Ninth, Ninth Cave. Okay. Das hat mir jetzt auch nicht so weiter geholfen. In der Ninth Cave ist irgendjemand gefangen. Was ist denn die Ninth Cave? Ich werd's nie erfahren. Okay, doch, vielleicht werden wir uns irgendwann erfahren. Erstmal weiter. Shit. Nochmal. Ihr frechen. Okay, Bummer und Bruder gehen eigentlich viel mehr fit als deren Counterparts. Genau die hier. Die sind eigentlich richtig... Oh, fuck. Okay, den krieg ich noch. Warte, äh, gib das mal. Ich brauch das als Waffe. Oh, toll. Ah, okay. Okay, damit, äh, ist der Kupuscher weg. Ich hab schon drei Yoshi-Münzen, seit wann, wann hab ich denn diese ganzen, toll, für den Pilz musste ich jetzt sterben. Aber, wofür, wann hab ich denn drei Münzen? Also wird das mir gar nicht aufgefallen. Ohne Scheiß jetzt. Okay, äh, Checkpoint gefällt mir. Neh mal mit. Weiterhin. Hm, bin ich ein Retardo? Okay. Nochmal in anständig jetzt. Ach man, ja, es ist rutschig, ne? Man hängt es halt an jeder Stelle voll. Okay, das, ja, da konnte ich jetzt nicht durch, ohne mich einmal treffen zu lassen. Aber mal sehen, ob ich hier irgendwie lebend rauskomme. Ah, ich darf zurück den ganzen Weg. Das ist ja ne nette Brasche. Gut, wenn's mal, das geht glaube ich nicht auf Anhieb gut, sowas. Ja, allein schon deswegen, weil ich mich da aufhänge, an dieser Stelle. So, Slowdown, Action, wie sonst was. Ernsthaft, das war so perfekt, ne? Und dann kommt dieser Kupa an. Jetzt muss ich das wieder alles von vorne machen. Und jetzt klappt natürlich gar nichts mehr, das ist ja wohl offensichtlich. Okay, ich kann nirgendwo sicher stehen eigentlich. So, wofür brauche ich überhaupt diesen Peace Watch? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Vielleicht für... Okay, das Level ist furchtbar. Also, es ist schön gestaltet und so, aber die Slowdowns zerstören einfach alles. Guck mal, wie ich das gerade das ganze Secret Exit, euer Ernst? Das ist ja ein Secret Exit, oh Mann. Okay, Secret Exit. Das hat tatsächlich eins. Oh, aber leider müssen wir das nochmal komplett von vorne machen. Oder wisst ihr was? Scheißen wir mal drauf. Überspringen wir das? Machen mal... Oh, ich muss zugeben. Doch, das denn wollte ich. Ich wollte einfach nur ein Dings haben. Cape. Dann können wir ein bisschen rüberfliegen. Seid ihr mir ja nicht böse. Nein, nein, natürlich nicht. Ja, ihr findet das cool. So, raus hier. So, dann müssen wir nämlich das nicht, ähm, das Ganze nochmal uns da geben. Also, eigentlich schon das Ganze, aber das Ganze in wir fliegen einfach drüber Version. So. Yeah, dann gibt's auch keine Slowdowns, denke ich mal. Und ich kann schön entspannt das Level nochmal beenden. Und Ende. Okay, nein, noch lange nicht Ende. Wann glaubt ihr, wann das Level zu Ende ist? In wie vielen Sekunden? Oder wann, wenn der Timer auf welcher Zahl steht? Okay. Ja gut, jetzt ab hier ist es nicht mehr weit, das weiß ich ja selber. Da, 58. Krasse Sache. So, Geisterhaus oder Schloss, Schloss? Nein, wir machen erst das Geisterhaus. Frozen House, scheiße, was stand, was stand mal in dieser Textbox drin? Äh, also in dieser Nachricht von diesem Entführten irgendwas. War es Frozen House? Ich hab voll vergessen, welches Level das gewesen sein soll. Aber ich hab ne Idee, wir fliegen einfach. Nein, also nicht so, sondern ich dachte eher, ich flieg nach links. Wobei da oben hinlaufen ist bestimmt auch ne Option. Geh mal höher. Also dieser Stein soll mal, ja, perfekt. Da gucken wir uns mal hier um. Äh, okay, eine Tür. Oder eine Röhre. Wo ich zumindest, äh, da kann ich nicht rein. Wirklich nicht? Okay, wirklich nicht. Da haben wir eine Tür hier, eine vermutlich versteckte. Äh, finde den P-Switch, den blauen, und, boah, das ist so ne scheiß William Shakespeare Schrift, alter, nicht Schrift, aber altenglisch. Okay, also nehm den P-Switch und zu dem Bones, den hellen Bones, also Bones ist ein Knochen, äh, drück den dort. Okay. Ich hab jetzt nicht sehr viel verstanden, eine Reset-Door. Soll ich damit drück den P-Switch den blauen, um den selber anzuerhalten? Äh, den lachenden, okay, der den Weg blockiert. Es gibt irgendjemand, der lacht und den Weg blockiert. Yeah, finden wir mal raus, wer es ist. Achso, ich seh schon ungefähr, was hier abgeht. Ich muss wahrscheinlich ja ihn nicht töten, sondern ihn ein bisschen hier fürs... Mann, wieso stirbt der denn? Wisst ihr, ich geh in jedes scheiß Level, in jedem scheiß Hack, in jedem scheiß Original-Super Mario World und diese Viecher sind einfach mal so frech und die kannst du nicht töten. Ich schmeiß die mit Scherz ab und die fangen die auf und schmeißen die zurück auf mich. Aber dann, wenn man mal einen braucht, ja? Wenn man einen, sie es mal einen braucht. Nein, Alter, der Typ, der stirbt, wenn ich ihn nur angucke. So, was mach ich hier? Wofür waren die so ganz so scheiß? Moment. Das Zeug fliegt irgendwo nach oben oder so und dann ist... Okay, es hat einfach nichts gebracht. Kann man das so sagen. Gegenvorschlag. Ich guck mal selber nach, was da abgeht. Indem ich einfach genug Anlauf nehme und dann so mache. Scheiße. Toll, ich hänge hier fest. Ah, das ist nicht gut. Ich meine auch nicht gut programmiert, so, dass das überhaupt möglich ist. So, wir gucken mal selber nach. Okay, wenigstens ist es hier rutschig. Das heißt, ich kann hier selber einfacher durch. Seht ihr, jetzt habe ich das Ding. Das ist, glaube ich, weil es nicht mit hochgescolt ist, das Level oder so. Also es gab da... Die Idee war da, aber irgendwie gab es da so ein bisschen einen Defekt. So, und das hier muss ich jetzt irgendwo hin mitnehmen. nicht hier. Vielleicht dahin, also irgendwas mit Knochen war ja, aber hier sind ja überall Knochen, ist das Problem. Auch nicht hier. Ja, gehen wir ein bisschen weiter damit und dann schauen wir mal. Das Problem ist ja auch, ich weiß nicht mehr, ob es einen Secret Exit gibt hier. Vielleicht, oh, warte, das Ding ist ein bisschen heller. Okay, es fällt ein SOA-P-Switch, also ein Silberner und den brauche ich jetzt für... Also ich kann die Geister damit entfernen, was natürlich eine geile Sache ist. Aber jetzt muss ich mal... Boah, schluck auf. Shit. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, Moment. Ich wollte gerade auf meinem Headset die Musik ein bisschen leiser machen, aber jetzt ist die zu leise. Irgendwie, keine Ahnung, die knallt mir so in die Ohren rein heute. Klicks an mir. Weil jetzt habe ich die so übertrieben leise gemacht. Also nicht für euch, ihr hört alles normal. Ah, cool. Zack, die Geister sind jetzt das Geld. Und dann darf ich durch. Oh, ich habe ein Puzzle gelöst. Äh, vielleicht hätte ich das nicht einsammeln sollen. Ach so, Geisterbox, na gut. Kein Problem. So, den machen wir ganz schnell. So, und er ist tot und wir haben gewonnen. Wunderbar, und jetzt können wir ins Schloss, machen wir das noch. Scheiß auf den nächsten Part. Wir machen das jetzt. Die herzlosen Cooper Guards. Sie können, ach so, die können nicht besiegt werden. Okay. Oder man kann auch nicht auf sie drauf springen. Steht da. Das sind die Cooper Guards. Okay, unbesiegbare Gegner. Und ich wollte eigentlich auch nicht mal wirklich drauf springen, wobei ich wollte es ein bisschen austesten. Okay, sie sind einfach unzerstörbar. Wieso sind die nicht einfach, weiß ich nicht. Wenn sie wirklich unbesiegbare Gegner sind, wieso hängen die einfach nur im Schloss und laufen dann links und rechts? Sie könnten die ganze Welt erobern. Ich meine, wer soll sie aufhalten? Niemand kann sie aufhalten. Oh, oh. Okay. Kein Treffer. Das ist geil. Das ist schon ein Treffer. Zugegebenermaßen nicht so geil. Wenigstens kriege ich ja einen neuen Pilz geschenkt. Und nächster Raum. Wow. Ja, Schiemenze. Ja. Ach, du Scheiße. Gut. Eigentlich sollte man immer abwarten und auf eine gute Gelegenheit warten zum Springen. Aber das ist echt nicht meins. Ich mache einfach und hoffe aufs Beste. Oh. Okay, das Ding brauche ich. Cool. Ich bin sogar durch, ohne einen Treffer zu kassieren. Jetzt muss ich hier warten. Auf dem Block. Oh, das zieht sich zusammen. Gut. Oh, wie gemein. Das geht andersrum. Wie immer das horizontal. Nein, vertikal ist das. Wenn es nach oben geht. Okay. sieht nach... Ja, gut, Sackgasse so. Ey, du kriegst coole Sachen in Sackgasse, aber ich mag keine coolen Sachen. Okay, die Stelle ist einfach unmöglich für mich zu schaffen. Dankeschön. Und? Oh, wir sind wieder hier. Also, was heißt denn wieder? Wir sind jetzt hier. Was haben die überhaupt für komische Farben? Sind sie tot? Und Boss. Boss Mech, Schmos, Alter. Oh, ist das ein normaler Koopaling-Boss? Gibt es auch Custom-Bosse? Ich glaube nicht. Also, für diesen Hack meine ich. Ich glaube, ich habe noch keinen gesehen. Yeah, und er ist tot. Und wir haben gewonnen. Das war cool. Okay, das radieren wir aus. Und wir gehen weiter. Jetzt geht es ins Wasser. War es die gesamte Eiswelt? Cool. Haben wir in einem Part eine Welt geschafft? Geile Nummer. Beim nächsten Mal wahrscheinlich Wasserwelt oder die wir gehen ein Wasserlevel und dann die Röhre, die uns irgendwo hinführt, Welt. Wir werden sehen. Also, bis dahin.